Jakob Michael Reinhold Lenz, 24. Mai Jul, 4. Juni 1792, Greg, in Moskau, war ein balten-deutscher Schriftsteller des Sturm und Drang. Leben, Jade M. R. Lenz wurde als Sohn des pietistischen Pfarrers Christian David Lenz in Seswegen, ca. 150 km östlich von Riga, geboren. Im Alter von neun Jahren zog er mit seiner Familie nach Dorpat, wo der Vater eine Pfarrstelle erhalten hatte. Ein erstes Gedicht wurde veröffentlicht, als er 15 Jahre alt war. Von 1768 bis 1770 studierte er mit einem Stipendium zunächst in Dorpat und dann an der Albatus-Universität Königsberg Theologie. In Königsberg hörte er auch Vorlesungen von Immanuel Kant, las auf dessen Anregung Jean-Jacques Rousseau, ging seinen literarischen Interessen nach und vernachlässigte die Theologie. Seine erste eigenständige Buchveröffentlichung, das Langgedicht »Die Landplagen« erschien 1769. 1771 brach Lenz sein Studium in Königsberg ab und ging gegen den Willen des Vaters, der deswegen den Kontakt zu seinem Sohn abbrach. Als Bediensteter der beiden kurländischen Barone und Offiziersanwärter Friedrich Georg und Ernst Nikolaus von Kleist, die ihre Militärdienst antreten wollten, nach Straßburg. Er kam dort in Kontakt zu dem Aktuarius Johann Daniel Salzmann, um den sich der intellektuelle Zirkel der Societe de Philosophie e de Belles Lettre gebildet hatte, in der auch der junge Johann Wolfgang von Goethe verkehrte, der sich zu dieser Zeit ebenfalls in Straßburg aufhielt und dessen Bekanntschaft wie auch die von Johann Heinrich Jungstilling hier Lenz machte. Goethe wurde darauf sein bewundertes künstlerisches Vorbild. Über ihn entstand auch der Kontakt zu Johann Gottfried Herder und Johann Kaspar Lavater, mit denen er korrespondierte. Im folgenden Jahr 1772 zog er im Gefolge seiner Dienstherrin nacheinander in die Garnisonen von Landau, Fort Louis und Weißenburg. Er verliebte sich in Friederike Brion, die vormalige Geliebte Goethes, seine Gefühle blieben aber unerwidert. 1773 kehrte Lenz nach Straßburg zurück und nahm sein Studium wieder auf. 1774 gab er seinen Dienst bei den Brüdern Kleist auf, lebte als freier Schriftsteller und verdiente seinen Lebensunterhalt mit privater Lehrtätigkeit. Zu Goethe entwickelten sich nun freundschaftliche Beziehungen. Dieser stellte Lenz bei einem Besuch beider in Emmendingen auch seiner Schwester Cornelia und ihrem Mann Johann Georg Schlosser vor. Im Dezember 1775 zeigte ihm Luise König einige Briefe, die sie von Henriette Luise D. Waldner D. Freundstein erhalten hatte. Henriette Luise D. Waldner D. Freundstein, damals noch unverheiratet, ist besser als Baronin Henriette von Oberkirch bekannt. Lenz verfällt dem Charme von Henriettes Schreibstil. Eine unmögliche Liebe wuchs in ihm, die in zahlreichen Briefen an Johann Kaspar Lavater, Sophie von La Roche und Rödera belegt ist. Ende März 1776 folgte Lenz Goethe an den Hof nach Weimar. Auf der Hinreise erfuhr er die Heirat von Henriette von Waldner mit dem Straßburger Freiherrn Siegfried von Oberkirch. Die Weimarer Hofgesellschaft nahm ihn zunächst freundlich auf, aber bereits Anfang Dezember wurde er auf Betreiben Goethes wieder ausgewiesen. Der genaue Hintergrund ist nicht überliefert. Goethe, der danach den persönlichen Kontakt abbrach, erwähnt in seinem Tagebuch nur vage Lenzens Asselei. Lenz ging darauf nach Emmendingen, wo er von Cornelia und Johann Georg Schlosser aufgenommen wurde. Von dort unternahm er verschiedene Reisen ins Elsass und in die Schweiz, unter anderem im Mai 1777 zu Lavater nach Zürich. Als er im Juni bei Lavater die Nachricht von Cornelia Schlossers Tod erfuhr, kehrte er nach Emmendingen zurück. Nach einem weiteren längeren Besuch bei Lavater kam es im November bei einem Aufenthalt in Winterthur bei Christoph Kaufmann zu einem Ausbruch. Seiner psychischen Krankheit, einer paranoiden Schizophrenie, Kaufmann schickte Lenz schließlich Mitte Januar 1778 zu dem Philanthropen, Sozialreformer und Pfarrer Johann Friedrich Oberlin im elsässischen Waldersbach, wo er sich vom 20. Januar bis 8. Februar aufhielt. Trotz der Fürsorge von Oberlin und seiner Frau verschlimmerte sich Lenz geistiger Zustand. Danach ging Lenz wieder zu Schlossahn nach Emmendingen und wurde dort bei einem Schuhmacher und einem Förster untergebracht. Sein jüngerer Bruder Karl holte Lenz im Juni 1779 aus Hertingen, wo dieser bei einem Arzt in Behandlung war, ab und brachte ihn nach Riga, wo ihr Vater inzwischen zum Superintendenten aufgestiegen war. Er konnte dort aber beruflich nicht Fuß fassen. Der Versuch, Leiter der dortigen Domschule zu werden, scheiterte. Herder verweigerte dafür ein Empfehlungsschreiben. Auch in St. Petersburg, wo er sich von Februar bis September 1780 aufhielt, blieb er erfolglos. Er ging darauf als Hofmeister auf ein Gut bei Dorbhardt. Nach einem weiteren Aufenthalt in St. Petersburg im folgenden Jahr reiste Lenz im September 1781 nach Moskau, wo er zunächst bei dem Historiker Friedrich Müller Unterkunft fand und Russisch lernte. Er arbeitete als Hauslehrer, verkehrte in Kreisen russischer Freimaurer und Schriftsteller, beteiligte sich an der Ausarbeitung verschiedener Reformpläne und übersetzte Bücher zur russischen Geschichte ins Deutsche. Dabei verschlechterte sich sein psychischer Zustand immer mehr, zuletzt überlebte er nur durch die Unterstützung russischer Gönner. Am frühen Morgen des 24. Mai Jul, 4. Juni 1792, Gregg, wurde Lenz Tod in einer Moskauer Straße aufgefunden. Der Ort seines Grabes ist unbekannt. Lenz als literarische Figur. Georg Büchner verarbeitet Lenz Besuch bei dem evangelischen Pfarrer Johann Friedrich Oberlin im Steintal zu seiner Novelle Lenz. Lenz hatte Oberlin auf Vorschlag von Kaufmann aufgesucht, da dieser als Seelsorger und Psychologe bekannt war. Oberlin's Bericht über die Ereignisse um Lenz in dieser Zeit diente Büchner als Quelle zu seiner Erzählung. Diese wiederum ist die Vorlage für Wolfgang Riems Kammeroper Jakob Lenz. In jüngerer Zeit haben die Schriftsteller Peter Schneider in seiner Erzählung Lenz und Gerd Hofmann mit der Novelle Die Rückkehr des verlorenen J. M. R. Lenz nach Riga Lenz Leben literarisch verarbeitet. Zu erwähnen ist zudem der Roman Der rote Domino aus dem Jahre 2002 von Marc Buhl, der die Freundschaft zwischen Goethe und Lenz und deren abruptes Ende durch Lenzens Asselei als Ausgangspunkt für eine Kriminalgeschichte nutzt. Der Lenz in der Darstellung von Georg Büchner ist auch Bezugsfigur im Roman Lena in Waldersbach von Eduard Habsburg. Werke, Dramen der verwundete Bräutigam entstanden 1766, der Hofmeister oder Vorteile der Privaterziehung 1774, Der Neu-Menuza oder Geschichte des kumbanischen Prinzen Tandi, 1774, die Soldaten, 1776, Henriette von Waldeck oder die Laube, 1776, Pandemonium Germanicum entstanden 1775, Postum veröffentlicht 1819 Die Freunde machen den Philosophen, 1776, Die beiden Alten, 1776, Der Engländer, eine dramatische Fantasie, 1777, Die Sizilianische Vesper, 1782, Mössapolagie oder die Irgärten, 1782, Übersetzungen und Überarbeitungen Amor Vincit Omnia, 1774, Coriolan entstanden 1774, 75, Das Väterchen im Druck 1773, 74, Die Aussteuer, 1774, Die Entführung entstanden 1772, Die Buhlschwester entstanden 1772, Die Türkensklavin, Prosamoralische Bekehrung eines Poeten entstanden 1775, Sabin oder die Neuere Dichtung, 1776, Der Landprediger, 1777, Etwas über Philutas Charakter, 1781, Der Waldbruder ein Ponder zu Wertherrsleiden, 1797, Theoretische Schriftenentwurf eines Briefes an einen Freund, Der auf Akademien Theologie studiert, Entstanden 1771, 72, Versuch über das erste Prinzipium der Moral, Entstanden 1771, 72, Supplement zur Abhandlung vom Baum des Erkenntnisses Gutes und Bösen, Entstanden 1771, 72, Teildruck 1780, Über die Natur unsers Geistes, Entstanden 1771, 73, Zweierlei über Wirgels erste Ekeloge, 1773, Über Götz von Berlichingen, Entstanden 1773, 75, Anmerkungen übers Theater nebst angehängten, Übersetzten Stück Shakespeare's, 1774, Briefe über die Moralität der Leiden des jungen Wertherrs, Entstanden 1774, 75, Galt lange Zeit als verschollen, Postum veröffentlicht, 1918, Verteidigung der Verteidigung des Übersetzers der Lustspiele, Entstanden 1774, Über Ovid entstanden 1775, Über die Bearbeitung der deutschen Sprache im Elsass-Preisgau und den benachbarten Gegenden, Entstanden 1775, Über die Vorzüge der deutschen Sprache, 1775, Über den Zweck der neuen Straßburger Gesellschaft, Entstanden 1775, Von Shakespeare's Hamler, Entstanden 1775, 76, Über die Soldaten-Ehen, Entstanden 1776, Verteidigung des Herrn W., Gegen die Wolken, Von dem Verfasser der Wolken, 1776, Über die Veränderung des Theaters im Shakespeare, 1776, Das Hochbürgerschloss, 1777, Filmografie, Egon Günther, Lenz, 226, 226, 238, 226, 238, 258, 238, 258, Untertitelung des ZDF, 2020